Herzlich willkommen am Erzbischöflichen im Gardis-Gymnasium. Wir, das sind Frau Menz, die Erprobungsstufenkoordinatorin, Herr Schult, der Mittelstufenkoordinator, Herr Korpjeweit, der Oberstufenkoordinator, Herr Pfarrer Fanta, unser Schulseelsorger, und ich, die Schulleiterin. Mein Name ist Jacqueline Fricca. Wir begleiten Ihr Kind von Klasse 5 bis zum Abitur. Wie das funktioniert, möchten wir Ihnen gerne zeigen. Tausend Schülerinnen und Schüler besuchen unsere Schule. Wir sind ein vierzügiges Gymnasium. An unserer Schule kann man alle staatlichen Abschlüsse erlangen. 80 Lehrerinnen und Lehrer sorgen dafür. Bei uns kann man einen MIN-Schwerpunkt wählen, also Mathe, Informatik oder die Naturwissenschaften, Biologie, Chemie, Physik, oder einen Sprachenschwerpunkt. Wo kommen wir her? 1927 wurde diese Schule gegründet, von den Schwestern zum Heiligen Kreuz. 1976 hat das Erzbistum unsere Schule übernommen. In den 80er Jahren kamen unsere Jungen dazu. Darüber freuen wir uns sehr. Drei Ks, Kinder, Kirche und das dritte K? Karneval? Was denn sonst? Wir nehmen jedes Jahr teil an den Schul- und Vedelzög mit einer Fußtruppe und mit einem Motto-Wagen. Wir sind MINT-EC qualifiziert und haben einen Sprachenschwerpunkt. Im Jahr 2020 hatten wir eine Ausstellung We the Six Millions im Haus. Damit machen wir deutlich, dass wir eng mit der jüdischen Gemeinde in Köln zusammenarbeiten. Wir sind gegen Antisemitismus und gegen Rassismus. Wir sind Schule mit Courage. Und was wir noch sind, wir sind Schule mit Hetz und Seel. Das wurde uns auch 2019 von der Qualitätsanalyse bestätigt. Wir haben Ihr Kind im Blick. Wir stärken es, indem wir verschiedene Lernchancen anbieten und wir stärken seine Persönlichkeit. Wie das konkret aussieht, und zwar bis zum Abitur, möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Wir starten in der Erprobungsstufe in Klasse 5. Ihr Kind kommt zu uns, lernt zunächst die Sprache Englisch, kann aber wählen, ob es einen MINT-Unterstützung, MINT-Schwerpunkt wählt, einen Sprachenschwerpunkt oder eine ganz normale Klasse. Die Entscheidung trifft es für die Erprobungsstufe für die ersten zwei Jahre. Wir fördern seine Persönlichkeit, indem wir zunächst einmal mit Kennenlerntagen an unserer Schule anfangen. Dann gibt es Teambildungstage zur Klassenstärkung. Und zur Klassenstärkung dient auch die in Klasse 5 schon durchgeführte Klassenfahrt. Ihr Kind kann seine Persönlichkeit ausbilden, indem es schon an einem Musical mithilft und mitarbeitet. Und wenn Ihre Kinder sich dann hier so richtig wohlfühlen und hier angekommen sind, dann kommen sie in die Pubertät. Das kostet alle starke Nerven. Das bedeutet aber auch für uns, dass wir einen anderen Zugang zu Ihrem Kind brauchen und den haben wir. Ihr Kind ist in der Mittelstufe angekommen. Wir stärken seine Lernchancen. Es kann auswählen in Klasse 7, ob als zweite Fremdsprache Französisch oder lieber Latein gewünscht wird. Im Wahlpflichtbereich haben wir sogar fünf Möglichkeiten. Man kann eine dritte Fremdsprache wählen. Spanisch oder Informatik oder Gesundheit, Zukunft und Pädagogik. Man kann hier auch nochmal neu entscheiden, ob man eine Schwerpunktklasse möchte oder nicht. Die Persönlichkeitsentwicklung Ihres Kindes liegt uns sehr am Herzen. Deshalb übergeben wir Ihrem Kind in der Mittelstufe Verantwortung mit unserem lang schon getätigten Programm für Peer-to-Peer. Wir bieten an Medien-Scouts, Schulsanitätsdienst, Streitschlichtung, Pausenhelfer oder Drogenpeers. Vielleicht möchte Ihr Kind sich auch für eine längere Zeit außerhalb der Schule engagieren. Deshalb haben wir das Projekt Zeitschenken. Für ein halbes Jahr können die Schülerinnen und Schüler einmal in der Woche ihre Zeit in einem Seniorenheim, in einer OGS oder in einer Behindertenwerkstatt zur Verfügung stellen. Wir machen Ihr Kind stark und stark tritt es bei uns dann in die Oberstufe ein. In der Oberstufe kann man erneut eine Fremdsprache wählen, ganz neu beginnt Spanisch. Das macht uns auch interessant für Schülerinnen und Schüler der Realschule oder der Gesamtschulen. Wir haben ein breites Spektrum an Leistungskursen und wir bieten interessante Studienfahrten an. Die Persönlichkeitsentwicklung fördern wir, indem wir eine intensive Berufsberatung machen, um Ihr Kind auf dem Weg des Abiturs auch in dieser Sparte zu unterstützen und zu fördern. Weiterhin haben wir Chöre und Theaterprojekte, sodass wir auch hier ein reiches Programm an Aufführungen zu bieten haben. Um das alles zu erreichen, brauchen wir engagierte und begeisterte Lehrerinnen und Lehrer. 80 Kolleginnen und Kollegen und sieben Referendare begleiten ihre Kinder durch die Schulzeit. Zurzeit arbeiten wir an der Digitalisierung. Wir haben in jedem Klassenraum ein Active Board. Wir haben eine Lernplattform, auf die ihre Kinder Zugriff haben. Wir haben E-Mail-Adressen für Kinder, Lehrer und Schüler über diese Lernplattform. Und wir haben Laptop-Klassen. Zudem werden unsere Lehrerinnen und Lehrer jederzeit wieder fortgebildet, um up-to-date zu sein. Für G8 arbeiten wir zurzeit an den schulinternen Curricula und an der Veränderung unseres Fahrtenkonzeptes. Wir gewinnen nicht jedes Rennen. Manchmal gewinnen auch unsere Eltern. Unsere Eltern sind uns ganz wichtig. Sie können mitwirken in der Schulpflegschaft, im Förderverein oder in der Betreuung unserer Schülerinnen und Schüler im Selbstlernzentrum der Schülerbibliothek. Mit der Schulpflegschaft arbeiten alle Gremien der Schule eng zusammen. Zusammen mit ihnen entwickeln wir Schule und lösen schulinterne Probleme. Der Förderverein unterstützt uns bei der Anschaffung von Wünschen der Fachschaften, bei Medien, in unserer Schülerbücherei. Wir bekommen auch Unterstützung vom Förderverein für einzelne Schülerinnen und Schüler, die sonst an attraktiven Angeboten unserer Schule nicht teilnehmen könnten. Das Selbstlernzentrum wird begleitet von Eltern und, was besonders schön ist, auch von Großeltern. Drei Generationen arbeiten hier zusammen. Denn nur zusammen sind wir stark. Wir, das sind Schülerinnen und Schüler, Eltern und das Kollegium. Gemeinsam stimmen wir uns ab und entwickeln diese Schule. Vor dem Hintergrund christlicher Werte. Wie sieht das konkret aus? Ihr Kind steht bei uns im Mittelpunkt. Wir haben viele Angebote für Ihr Kind, auch im christlichen Bereich, im Laufe des Kirchenjahres. Die Kinder können sich auf verschiedenen Bereichen engagieren, innerhalb und außerhalb der Schule. Wir möchten ihm zeigen, dass der christliche Glaube eine fröhliche Lebensform ist, die ein Fundament fürs Leben sein kann. Ob sich Ihr Kind für diese Lebensform entscheidet, ist ihm überlassen. Wir freuen uns auf Ihr Kind. Wir sehen uns um die Kinder, bis es wichtig. Dieаци die 교 город 2 2 2 2 3 3 3 2 4 5 5 5 Vielen Dank.